herzlich willkommen zu einem neuen shop video wenn euch das video gefällt würde ich mich riesig über ein abo freuen lasst auch gerne bewertungen unten kommentar da um auch noch das video youtube algorithmus hoch zu pushen wäre auf jeden fall wirklich super nice würde mich extrem freuen ich würde sagen wir schauen uns jetzt den item shop an und es wird wahrscheinlich entweder ein alter weihnachtskind wieder drin sein oder ein neuer denkmal aber wieder ein alter und meine vermutung richtig wir haben heute den grimm wie den gnom skin hier heute drin den müssen aus diesem gartenzwerg auch hier eigentlich kein richtiges gesicht so dann alles so als wenn es fertig wäre dass man darauf zum blick hat hat auch ein weiteres stil und zwar mit roten augen ich hätte er gesagt einfach mit leuchten augen dann dazu noch hier die strahlende laterne die reaktiv ist wodurch die reaktiv würde weiß ich nicht steht hier leider nicht dann gibt es dazu die kälte ein spitzhacke die ebenfalls reaktiv ist ja auch wieder die lampe wird wahrscheinlich aus dem selben grund reaktiv werden wie das backpack des knoms dann haben wir von gestern auch hier den julzeit ranger die zucker stemmen lackierung und die glühwein agentin als nächstes haben wir dann heute den heysken einmal in der standard variante und dann in der extrem variante wo die auch noch hören hat die hat auch noch hier relativ coole flügel also den mond flügel die auch tatsächlich ganz nice eigentlich aussehen dann noch die sternhurt schwitzhacke als nächstes haben wir den schade skin hat ja mittlerweile auch wirklich viele spieler einmal hier mit helm so ein bisschen dann ähnlich wie dieser motorrad skins und dann eben halt noch einmal ohne helm aber trotzdem mit dieser schimmernden jacke die eigentlich ganz cool aussieht dazu noch hier dieses backpack und dann aber tako zeit wieder drin ist ja passend zu grüßig damals gewesen wo es diese tako zeit immer gab als event dann staub von den schultern dann wir passen auch noch mal den guaco skin also ein passender tako skin zum takui mode dann noch blindgänger bombe und als letztes noch die lackierung heiß und kalt das war's dann mit dem heutigen shop video ich hoffe es hat euch gefallen bis zum nächsten video ciao